Und wie schaffe ich es ganz systematisch, mehr Umsatz aus meiner Liste rauszuholen? Das ist genau das, worum es heute geht. Und häufig ist es ja so, dass wir als Unternehmer den ersten Gedanken haben, ich will mehr Umsatz, also brauche ich irgendwie mehr Neukunden. Und ich weiß nicht, wem es vielleicht auch so geht, aber bei mir habe ich in den letzten Wochen, Monaten und auch Jahren festgestellt, mein Gott, das Thema Neukundengewinnung wird irgendwie immer komplizierter, immer mehr Algorithmen, mehr Einschränkungen, neue Datenschutz und, und, und. Und der smarte Weg für mehr Umsatz, der heißt, ich mache mehr Umsatz mit dem Bestand. Und da seid ihr natürlich heute bei dem E-Mail-Marketing, der genau an der richtigen Stelle. Denn genau das ist das, was wir machen können. Manchmal ist es so, dass wir E-Mails verschicken und dann ist das gar nicht mehr wie jagen, sondern wir holen einfach nur noch die Kunden raus, die in der Datenbank drin sind. Aber wir brauchen dafür eine bestimmte Strategie, damit das funktioniert. Und das haben wir in all unseren Projekten festgestellt. Nochmal kurz zu mir, mein Name ist René Schoppe und ich bin der Inhaber der Agentur Ultima. Ich habe ein kleines Team und in diesem kleinen Team betreuen wir ein paar durchaus namhafte Kunden von Digistore24 über E-Recht24 über Liebschanbracht und, und, und. Und wir bauen im Jahr etwa 1.000 Funnel und versenden über 20 Millionen E-Mails mit unseren Kunden. Und ich habe heute folgende kleine Agenda mitgebracht. Ich möchte dir als allererstes einmal erklären, warum die eigene Datenbank, die ihr hoffentlich alle schon habt, immer wichtiger wird. Was alle Unternehmer an der Stelle auch wissen sollten. Und ich werde dir ganz genau die Vier-Schritte-Matrix mitgeben, um mit deinen bestehenden Daten den Umsatz zu maximieren. Und die erste Frage, warum wird die eigene Datenbank immer wichtiger, gibt es ganz viele Studien zu und ich möchte auch nur ein paar davon zitieren. Der grundsätzliche Gedanke ist, wenn ich jetzt überlege, was muss ich denn für eine Neubestellung bezahlen? Also was muss ich dafür bezahlen, dass ich mit einem Kunden ins Gespräch komme und dann sage, yes, wir haben einen Auftrag. Der ist bei bestehenden Daten fünfmal günstiger. Es ist fünfmal günstiger, einen bestehenden Kontakt zu reaktivieren, als einen neuen Kunden zu generieren. Fünfmal günstiger. Es ist nicht nur fünfmal günstiger. Ich kriege bei bestehenden Kunden im Schnitt 23% größere Warenkörbe. Jetzt sagt man natürlich Warenkorb, klingt so nach E-Commerce, aber das funktioniert auch in anderen Bereichen. Also auch wenn ihr eine Dienstleistung habt, im Schnitt 23% mehr Bestellvolumen. Das Schöne ist auch, wenn wir uns mal den Fokus angucken, Neukunden achten ja sehr, sehr häufig auf das Budget. Das ist natürlich für jeden Anbieter immer so semi-schön, weil im Endeffekt wollen wir ja doch mit unserer Qualität glänzen, mit dem, was uns auszeichnet, wo wir sagen, da bin ich besser als die anderen. Aber ja, ich bin vielleicht nicht der Günstigste. Das Schöne ist, bei bestehenden Daten geht es um die Qualität. Bei Neukunden geht es um den Preis. Und einmal eine ganz kurze Rundfrage. Rundfrage, was denkt ihr, wie wird in der Praxis das Marketing-Budget verteilt? Könnt ihr mal ganz kurz hier was in den Chat schreiben. Ich habe ja hier den Chat auch offen. Mal ganz kurz ein paar Ideen. Wie wird in der Praxis das Marketing-Budget denn eigentlich verteilt? Vielleicht haben wir da schon mal eine Antwort. Vielleicht sehe ich die jetzt auch noch nicht, aber ich kann euch jetzt schon mal sagen, Nachertrag, nee, Oliver, schön wär's, schön wär's. Die meisten verteilen das Budget. So, 80% Budget wird für Neukunden ausgegeben, maximal 20% statistisch gesehen für Bestandskunden. Wenn man sich anschaut, wie einfach ist es doch, mehr Umsatz mit den Bestandskunden zu machen, muss man sagen, ein bisschen dran, vorbei. Könnten wir alle mehr machen. Und wie macht man denn jetzt ganz genau mehr Umsatz mit den bestehenden Daten? Und genau das möchte ich euch zeigen. Es sind vier Schritte, die wir festgestellt haben, die in der Praxis immer nötig sind. Auch in exakt dieser Reihenfolge. Das heißt, wenn ihr jetzt einen großen Datenbestand habt und ihr wollt diesen Datenbestand systematisch aufwärmen und immer in warme Leads für den Vertrieb verwandeln und auch in Kunden verwandeln, dann sind es immer diese vier Schritte, die nötig sind. Auch die Reihenfolge. Schritt Nummer eins. Ihr müsst für eine grandiose Reputation sorgen und überzeugende Case Studies haben. Wenn ihr natürlich jetzt einen E-Commerce-Store habt, dann geht das Thema um Bewertungen und natürlich um Zertifizierungen und ähnliches. Das Thema Online-Bewertung ist so wichtig. Und der Grund, warum jemand in eurer Datenbank ist und noch nicht bestellt hat, ist sehr wahrscheinlich, dass dieser Person das Vertrauen fehlt. 75% der potenziellen Kunden wählen ihren Anbieter anhand von Online-Bewertung aus. Und noch krasser, 55% sind sogar bereit, mehr zu zahlen. Das heißt, hier kriegen wir auch gleich wieder dieses Thema, wo ist eigentlich der Fokus von neuen Kunden und bestehenden Kunden sogar noch ein Stück gekippt. Das heißt, wir brauchen Bewertungen und Case Studies, um dann sinnvoll im E-Mail-Marketing auch wirklich abzuräumen. Und wenn wir das Ganze nicht sinnvoll machen, also wenn wir auch dafür keine Automatisierung haben über E-Mail-Marketing, dann haben wir das Problem, dass wir im Wettbewerbsvergleich einfach immer schlecht dastehen. Und auch hier, falls ihr jetzt sagt, naja, wir kriegen ja auch Bewertungen von alleine, möchte ich euch eine wichtige Studie auch noch mit auf den Weg geben. Wenn ihr nicht um eine Bewertung bittet, bekommt ihr die ja trotzdem. Dummerweise bekommt ihr die Falschen trotzdem. Weil ihr wisst es, die Lauten und Unzufriedenen sind immer präsenter. Das heißt, wenn ihr nicht um eine Bewertung bittet, sind im Schnitt 26% der Bewertungen negativ. Wenn wir nur diesen Fakt ändern und sagen, wir bitten um Bewertungen, sind im Schnitt 6% negativ. Das heißt, einfach nur darum bitten hilft. Und das kann man auch ganz einfach und unaufbringlich machen. Ich war jetzt am Wochenende bei einem Inder und der hatte bei Google über 1100 Bewertungen. Da dachte ich, wow, 1100 Bewertungen für ein Restaurant, das ist schon mal eine gute Hausnummer. Und dann ist mir auch ganz klar geworden, warum. Die haben natürlich ein tolles Essen gehabt und tollen Service, das haben viele Restaurants. Der hat uns einfach nach dem Essen ein Schild auf den Tisch gestellt. Mit, wir freuen uns über Ihre Google-Bewertung. Dann dachte ich, es ist so einfach. Einfach mal darum bitten. Woher kommen gute Bewertungen? Ihr könnt alle alten Bestandskunden anschreiben. Bitte versetzt natürlich. Ihr könnt je nach Bestellung oder je nachdem, was eingeht, immer ein Portal nutzen und sagen, bitte bewerte mich dort auf diesem Portal. Oder auch mal, wenn ihr ein größeres Support-Ticket löst. Also es muss ja nicht mal eine Bestellung sein. Manchmal ist einfach so dieser Moment, wo ihr sagt, wow, das war gerade echt geiler Service. Völlig ausreichend, um eine Bewertung zu schreiben. Also macht das bitte automatisiert. Dann kriegt ihr drastisch mehr Bewertungen. Neue Bewertungen kommen von alleine. Ihr kriegt mehr Sichtbarkeit. Und ihr könnt über die Zeit einen nahezu unfairen Reputationsvorsprung aufbauen. Natürlich damit auch mehr Aufträge. Das alles kann man automatisieren über E-Mail-Marketing. Step Nummer 1 haben wir damit klar. Jetzt haben wir eine gute Bewertung. Und jetzt müssen wir Step Nummer 2 sicherstellen. Und da hatte gerade mein Kollege von Elaine schon genau dieses richtige Thema. Es geht um das Segment und es geht um die Klarheit im Angebot. Denn das, was ihr versendet, muss hochgradig relevant für den Empfänger sein. Und wie macht man das denn jetzt, dass eine E-Mail hochgradig relevant für den Empfänger ist? Natürlich ist es so, wenn ihr eine E-Mail versendet, müsst ihr die Zielgruppe segmentieren. Und umso feiner sie ihr segmentiert, ja, umso aufwendiger wird das Ganze. Aber in den meisten E-Mail-Marketing-Tools kann man das Ganze so aufbauen, dass man eine E-Mail schreibt und dort unterschiedliche Passagen drin hat, die für die einzelnen Segmente ein- oder ausgeblendet werden. Und so könnt ihr Dinge machen wie das hier zum Beispiel. Das ist eine E-Mail von einem Kunden von uns. Und da haben wir im Header zwei unterschiedliche Bilder. Nämlich einmal den Header für Männer und einmal den Header für Frauen. Und da geht es um eine Matratze, wie man jetzt hier schon unschwer erkennen kann. Und in dieser E-Mail sind alle Passagen so aufgebaut, dass zum Beispiel eine Passage drin ist für Männer, die Schmerzen im unteren Rücken haben, weil wir es wissen. Und diese Passage wird natürlich, Überraschung, den Männern gezeigt, die Schmerzen im unteren Rücken haben. Weil es tatsächlich dafür für Männer ganz explizite Gründe gibt, die mit der Matratze zu tun haben. Genauso haben wir das Gleiche natürlich auch für Frauen mit Schmerzen im unteren Rücken. Und dann haben wir natürlich auch ein Bild von einer Frau mit Schmerzen im unteren Rücken. Das Gleiche haben wir auch mit Männern, die Schmerzen im oberen Rücken haben oder Frauen, die Schmerzen im oberen Rücken haben. So haben wir also eine E-Mail und haben in dieser einen E-Mail eine hochgradige Relevanz für den Empfänger sichergestellt. Weil jeder bekommt genau das, was für ihn wirklich relevant ist, obwohl wir eine E-Mail versenden. Das ist halt einfach ein richtig cooler Punkt. Und damit haben wir auch schon wieder Step Nummer 2. Das heißt, Step Nummer 1, Bewertung und Reputation sicherstellen, bevor wir richtig in den Versand gehen oder bevor wir anfangen, die alten Kontakte aufzuwärmen. Denn das, was fehlt, ist meistens Vertrauen. Part Nummer 2 ist die Segmentierung und Klarheit im Angebot. Wie schaffe ich es, hochgradig relevante Inhalte zu versenden? Step Nummer 3, wir brauchen mehr Touchpoints. Und diese mehr Touchpoints, ich bin ein riesen Fan vom E-Mail-Marketing. Überraschung, deswegen rede ich auch hier. Aber ich bin auch ein Fan vom Marketing. Das heißt, warum sollte ich jetzt nur E-Mail-Marketing machen, wenn es andere Möglichkeiten auch gibt und ich die hier ganz gezielt und clever und smart nutzen kann, um einfach das Ergebnis exponentiell besser zu machen. Das heißt, wir brauchen mehr Touchpoints und auch mal einen Medienwechsel. Ganz konkretes Beispiel. Ihr versendet ein Newsletter. Überraschung, keine Sensation an der Stelle, sollten ja alle irgendwie schon mal gemacht haben. Ihr habt natürlich immer eine kleine Gruppe von Leuten, die eure Newsletter erhalten und die kaufen, wenn ihr das Vertrauen habt und ihr habt ein relevantes Angebot. Jetzt haben wir hier eine kleine Gruppe, die hat gekauft. Haken dran, total cool. Wir haben eine größere Gruppe, die hat eure E-Mails bekommen und zumindest schon mal geklickt. Auch cool. Und da könnten wir zum Beispiel eine Videobotschaft hinterher schicken. Einfach eine Videobotschaft, ein bisschen Medienwechsel und das kann man natürlich automatisieren, um dort zu zeigen, ey, du warst schon auf unserer Seite, aber irgendwas hat noch nicht gepasst. Hier vielleicht nochmal der passende Anreiz. Wir können sagen, alle, die die letzten zum Beispiel drei E-Mails geöffnet haben, die triggern wir mal ans CRM und dann ruft der Vertrieb dort mal an. Ihr kriegt viel bessere Terminquoten. Und ihr könnt natürlich auch sagen, okay, die, die die letzten E-Mails nicht geöffnet haben, die kriegen dann den WhatsApp-Newsletter. Also arbeitet hier mit unterschiedlichen Medien, um einfach mehr Touchpoints zu schaffen. Was wir auch machen, wir arbeiten in Kampagnen und nehmen bestimmte Kampagnenziele. Also zum Beispiel die Tatsache, dass ein Kunde euer grandioses Angebot gebucht hat. Diese Ziele nehmen wir, geben dann einen VIP-Kundenstatus und dann versenden wir automatisiert per WhatsApp eine Sprachnachricht. Automatisiert per WhatsApp eine Sprachnachricht. So im Sinne von, ey, ich habe gesehen, du hast heute die Bestellung gemacht. Mega cool. Du gehörst jetzt übrigens zu unseren VIP-Kunden. Was bedeutet das für dich? Vorteil, 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 Vorteil. Einfach ein Touchpoint, mit dem niemand rechnet. Einfach mehr Touchpoints, mehr bessere Touchpoints schaffen. Das ist das, worum es im Step Nummer 3 geht. Step Nummer 4. Da sind wir dann schon in der Königsdisziplin. Und hier geht es um Emotionalität und Überraschung. Und natürlich um die Verkaufspsychologie. Verkaufspsychologie hat ganz klar mit dem Thema Copywriting zu tun. Könnte ich alleine vier Stunden drüber reden oder mehr. Aber machen wir heute gar nicht. Mir geht es um die Emotionen und Überraschung. Und hier können wir einfach, das ist eigentlich ziemlich einfach. Und die Antwort, wie macht man das, ist, mach es anders als alle anderen. Also wenn ihr irgendwie so Standards habt und die sind so, dass andere es auch so machen, dann ist es halt auf gar keinen Fall emotional. Und das ist auch auf gar keinen Fall eine Überraschung. Bei uns ist es so, wenn ich beispielsweise jemanden habe, der sich für unsere Masterclass einträgt, dann bekommt der kostenfrei einen fetten Bonus auf einem anderen Kanal geschickt. Einfach nur, dass es eine Überraschung gibt, dass es einen Wow-Moment gibt, dass die Leute sagen, okay, das habe ich gar nicht bestellt, aber ich habe es trotzdem bekommen. Wie geil. Also Emotionen und Überraschungen. Das kann man zum Beispiel machen, wenn ihr einem Kunden, wenn ihr jetzt mal so eine ganz normale E-Mail nehmt, über Terminbestätigung, Terminstornierung, whatever, Terminänderung, dann könnt ihr natürlich so eine ganz normale, fast schon transaktionale E-Mail versenden. Ja, geht. Ihr könnt das Ganze aber auch so machen. Ihr könnt also eine Videobotschaft versenden mit einem bewegten GIF. Was ist das Video? Ist ja nicht in der E-Mail. Das GIF ist in der E-Mail. Und dann klickt man drauf und kriegt dann das Video. Und dann seht ihr mich hier, wie ich so mache. Und das ist natürlich ein Eyecatcher. Das ist etwas, was ihr im Postfach bekommt und sagt, wow, okay, jetzt ist hier irgendwas ganz anders. Jetzt muss ich mal gucken, was will der denn jetzt hier? Ja, der winkt mich gerade an. Oder, und ich bin auch ein Riesenfan davon, mal auf ganz alte Dinge zurückzugreifen. Ihr könntet auch mal wieder, auch automatisiert übrigens, eine Postkarte versenden. Postkarten kriegen wir heute ja kaum noch. Eigentlich, also ich weiß gar nicht, wann ich meine letzte Postkarte bekommen habe, überhaupt von meiner Familie eine, aber davor drei, vier Jahre bestimmt keine. Also wie oft bekommt ihr noch Postkarten? Und genau das ist aber der Touchpoint. Das ist die Überraschung, womit keiner rechnet. Ja, Postkarte kostet Geld. Und wenn ihr eine Postkarte versendet, bitte nicht so. Also bitte nicht so einen gedruckten Scheiß. Sondern wenn ihr eine Postkarte versendet, darf die auch gern mal so aussehen. Jetzt sagt ihr, man, das ist eine coole Idee, aber wie soll ich denn bitte per Hand, also das ist ja eindeutig hier eine Handschrift, wie soll ich denn per Hand jetzt Postkarten verschicken? Ist ja nett, aber wir haben halt 8000 Kunden, denen wir jetzt eine Postkarte schicken können. Ja, dafür gibt es dann solche Geräte. Geräte, die wirklich, also fast wie so eine Art 3D-Drucker, kann man sich vorstellen. Der hat einen Stift in der Hand und der schreibt mit diesem Stift physisch auf Papier. Und der schreibt auch das erste A nicht wie das zweite A und das erste B nicht wie das zweite B. Da gibt es auch kleine Schmierflecken. Also es ist halt wirklich eine 100% authentische Handschrift von einem Automaten. Also es gibt Dinge, die sind so geil und damit kriegt ihr einen echten Wow-Effekt. Schreibt doch mal eine Danke-Postkarte. Eine Danke-Postkarte an die Kunden, die gerade bestellt haben. Es gibt eine Studie von der Firma Reißhunger. Die hat das gemacht. Die haben innerhalb, nach der ersten Bestellung im Online-Shop, haben die innerhalb von 6 Wochen, glaube ich so, ich glaube, das waren 6 Wochen oder 8, trage ich mich nicht darauf fest, aber es war ein kurzer Zeitraum, haben die einfach nach 6 Wochen eine Postkarte geschickt mit einem Danke und einer Folgebestellung. 98% Conversion Rate. Wie krank ist das denn? Also sie haben eine unfassbare Conversion Rate auf eine Postkarte, die sie effektiv 1,80 Euro kostet. Also ich weiß nicht, wenn ihr jetzt für 2 Euro, also sind ja nicht alle, bestellen ja nicht, aber für 2 Euro eine neue Bestellung generieren könntet, ich glaube, alle würden es tun. Aber es macht kaum jemand und das ist genau der Unterschied. Und ich möchte euch jetzt noch eine völlig crazy Strategie vorstellen, die war nicht auf der Agenda, aber ich packe es jetzt mit rein. Und ich hoffe auch, dass ihr den Ton meiner Präsentation hören könnt, weil ich will euch jetzt einmal einen mega coolen Impact zeigen, denn hier habe ich eine Strategie vorgestellt, da bin ich auf einen Part noch gar nicht eingegangen. Was heißt es denn eigentlich, wenn ich jetzt mehrere E-Mails habe, die jetzt einen Anruf durch den Vertrieb bekommen? Es ist ziemlich cool. Ihr könnt ja in jedem E-Mail-Marketing-System könnt ihr diese Sachen filtern. Wer hat die letzten E-Mails geöffnet, geklickt? Das könnt ihr immer filtern. Und ihr könnt eigentlich auch in jedem E-Mail-Marketing, entweder habt ihr direkt das CRM da drin, perfekt, oder ihr könnt per Outbound, per Webhook diesen Datensatz an euer CRM schicken. Und jetzt macht ihr an eurem CRM, egal was es ist, Hubspot, Close, Pipedrive, Reclap, wie sie alle heißen, völlig egal, macht ihr eine Aktiv-Telefonliste auf. Das heißt, ihr macht eine Liste auf und ruft genau diese Kontakte einfach mal an. Warum? Medienwechsel. Touchpoints. Und glaubt mir, dass wenn Menschen von euch eine E-Mail-Serie bekommen, die idealerweise zusammenhängend ist, also ihr habt eine erste E-Mail, eine zweite E-Mail, eine dritte E-Mail, die bauen aufeinander auf, die behandeln die gleichen Probleme, die gleichen Lösungsansätze und jemand öffnet und klickt in der ersten E-Mail und guckt sich vielleicht ein Video an. Jemand öffnet und klickt in der zweiten E-Mail, schaut sich jetzt nochmal einen Blogartikel oder einen Podcast oder auch ein Video an. Und jemand ist in der dritten E-Mail und da macht ihr natürlich eine ganz klare Verkaufs-Call-to-Action und vielleicht zeigt ihr auch nochmal eine Fallstudie und diese Person öffnet diese E-Mail auch noch. Hat ihr Interesse an eurer Leistung? Ja, auf jeden Fall. Wird die Person deswegen automatisch einen Termin buchen oder deswegen automatisch die Stellung auslesen? Nein. Das heißt, ihr habt einen etwa zehnmal höheren Anteil von Menschen, die mit euren E-Mails interagieren und keine Anfrage stellen, obwohl sie ganz offensichtlich Interesse haben. Und genau die könnt ihr abholen, indem ihr den einfach mal nachtelefoniert. Das ist kein Kalt-Aquise-Gespräch. Es ist ein Warm-Call. Niemand hat ein Problem mit diesem Anruf. Wir machen das schon seit einiger Zeit mit tausenden Menschen. Und ich kann euch sagen, da hat sich noch nie einer beschwert, dass wir jetzt nachdem eine E-Mail geöffnet wurde, anrufen. Und jetzt kann es sein, dass ihr sagt, naja, aber ich habe gar keinen Vertrieb. Wie kann ich denn nachtelefonieren? Jetzt möchte ich euch mal ganz kurz einen kleinen Ausflug zeigen. Ja, worum geht's denn? Super, dass du mir die Zeit gibst. Ich wollte fragen, ob du schon mal darüber nachgedacht hast, deine bestehenden Leads in deiner Datenbank zu reaktivieren und so deinen Umsatz zu steigern, ohne zusätzliches Werbebudget. Wir haben einige ziemlich coole Strategien entwickelt, die unseren Kunden helfen, ihren Umsatz um 20 bis 30 Prozent zu steigern. Klingt das interessant für dich? Ja, spannend. Wie teuer ist das? Das ist eine gute Frage. Wir haben ein Modell, bei dem du nur zahlst, wenn wir tatsächlich Ergebnisse erzielen. Das heißt, wenn wir es nicht schaffen, Beratungsgespräche aus deinen bestehenden Leads zu generieren, ist der Monat kostenfrei. Das gibt dir ein bisschen Sicherheit, oder? Ja, absolut. Klingt spannend. Super, ich freue mich, dass es dich interessiert. Wenn es passt, könnten wir einen Termin vereinbaren, um das Ganze genauer zu besprechen. Wann hättest du Zeit für ein kurzes Gespräch? Passt es morgen? Um 11.30 Uhr. So, ihr seht schon, man kann KI telefonieren lassen. Und jetzt muss man mal eine Sache sagen. Finden alle einen Anruf-Cool? Ich sehe es ja hier schon im Chat. Ja, natürlich finden alle einen Anruf-Cool. Nein, natürlich nicht. Was passiert, wenn ihr persönlich anruft? Wird es besser? Auf jeden Fall wird es besser. Wenn ihr allerdings viele Datensätze habt und ihr habt keine Möglichkeit, persönlich anzurufen, was ist die Alternative? Nicht anrufen, den Umsatz durchgehen lassen? Kann man machen. Haben wir über Jahre gemacht. Hat uns ein paar hunderttausend Euro gekostet. Wo haben wir gerade den Stand? Das, was ihr jetzt gerade gehört habt, das ist eine KI-Stimme. Hört man es immer? Ich würde mal, also ich sage jetzt mal ja. Okay, also einigen war uns darauf, vielleicht hört es nicht jeder, aber einigen war uns darauf, dass es eine eindeutige KI-Stimme ist. Das ist Stand heute. Aber ich will euch mal eine Idee mitgeben. Wo war diese KI-Telefonie vor einem halben Jahr? Ich kann es euch sagen, das gab es nicht. Wo waren die Stimmen, die wir so am Telefon gehört haben, die jetzt von Band oder von Automations oder von Voice-Bots kamen, wo waren die vor einem Jahr? Und dann hört euch das an. Und ich kann euch was sagen, wo wird das sein innerhalb von drei Monaten oder in sechs Monaten? Wir haben im Englischsprachigen, haben wir mittlerweile den Stand, dass ein Native Speaker, also ein Muttersprachler, nicht mehr raushört, dass er mit einer KI telefoniert. Das haben wir im Englischen bereits. Im Deutschen noch nicht, wie ihr gehört habt. Noch hört man es raus. Aber es ist ein Noch. Wo war ShadGPT vor zwei Jahren? Wo war ShadGPT vor einem Jahr? Und wo vor einem halben Jahr? Also wenn ihr euch einfach diese Entwicklung anschaut, ist das meiner Meinung nach etwas, wo man nicht wegschauen kann, sollte. Denn es wird, und das hatten wir auch heute schon, die großen Unternehmen, da war ja die Studie von Gartner, 2025 werden 30 Prozent der Outbound E-Mails mit KI gemacht. Ich glaube, das Gleiche trifft auch auf Telefonate zu. Ich glaube, dass durchaus ein sehr großer Anteil der Telefonate über KI gemacht wird. Und wir werden es nicht merken. Und das ist etwas, was wir endlos limitieren können. Denkt das aus der unternehmerischen Perspektive, was kostet euch ein Telesales-Team und was kostet euch eine KI-Telefonie? Die KI-Telefonie kann unfassbar günstig nahezu exporten, also endlos viele Kontakte am Tag anrufen. Und das ist die, eine Chance, die wir haben. Und ich glaube, die sollten wir nicht außer Acht lassen. Wohlgemerkt, ich bin nicht der Fan von Kaltakquise. Ich würde halt immer gucken, wie können wir mit jemandem telefonieren, der schon in unserer Liste warm ist. Und falls ihr jetzt sagt, Mensch, die Stimme gefällt mir nicht. Übrigens, ihr könnt das auch mit eurer Stimme machen. Ich habe auch eine KI trainiert mit meiner Stimme und das klingt doll nach mir. Ich wollte jetzt nicht zweimal mit mir telefonieren. Das ist ja auch ein bisschen weird. Ich glaube, es war Konfuzius, der gesagt hat, ein Leben ohne automatisiertes Marketing ist möglich, aber eigentlich sinnlos. Und ich würde jetzt gerne euch noch ein paar Zeiten, ein bisschen Zeit einreichen für den FAQ-Bereich. Ich habe euch noch ein Geschenk mitgebracht, falls es euch interessiert, könnt ihr euch gerne unsere E-Mail-Marketing-Masterclass sichern, die es kostenfrei ist, aber natürlich freiwillig. Und falls ihr sagt, Mensch, der Content zu dem Thema hat mir schon ganz gut gefallen in unserem YouTube-Kanal, findet ihr noch mehr. Und dann würde ich jetzt einmal auf die Fragen eingehen, die da sind. Und da kriege ich bestimmt Hilfe von der Redaktion. Da ist es schon. Genau, da kriegst du Hilfe von mir. Da bin ich nämlich wieder. Vielen lieben Dank, René. Ja, ich würde sagen, genau, vernetzt euch alle mit René via LinkedIn, falls die eine oder andere Frage im Nachgang nochmal aufkloppen sollte. Genau. René, ich würde dich einmal bitten, deinen Bildschirmfreigabe zu stoppen. Ah, ja. Pop. Genau. Vielen lieben Dank. So. Dann gehen wir mal rein in die Fragerunde. Wir starten mit einer Frage von Leslie N. Wie kann man denn Online-Bewertung fördern, wenn man Dienstleister in den Ausbau ist? Ist ja schwierig, da Insensitives hinterzupacken. Nö, ist es gar nicht. Also Leslie, es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Also erstmal, muss man einen Incentive haben? Nein. Ist keine Pflicht. Also jemand darf dich einfach bewerten, weil er zufrieden ist. Also alleine die Tatsache, dass du fragst, führt zu mehr Bewertung. Aber was kannst du machen? Du könntest natürlich auch sagen, okay, lieber Kunde, wir haben für dich den Inhouse-Bow gemacht und das war hoffentlich super und wir würden aber gerne jetzt auch dich mal bitten, darum, uns eine Bewertung zu geben und mit deiner Bewertung pflanzen wir einen Baum, denn wir stehen auf das Thema Nachhaltigkeit und wir haben ja Holz beim Innenausbau verwendet. Also jede Bewertung pflanzen wir einen Baum. Dafür gibt es übrigens Dienstleister, die das für euch machen. Also ihr kriegt eine Google-Bewertung, kriegt ihr automatisch eine Rechnung und ihr pflanzt automatisch einen Baum. Also das kann ein super Incentive sein, was der Kunde gar nicht bekommt, aber wo der Kunde zumindest ein gutes Gefühl hat, dir eine Bewertung zu schreiben. Okay, super. Vielen lieben Dank, René. Gehen wir rüber zur nächsten Frage von Sarina. Funktioniert das auch im B2B? Ich weiß jetzt nicht genau, worüber sie referiert. Also wir haben mehr Kunden im B2B als im B2C. Von daher alles, was ich hier gezeigt habe, ist eher B2B als B2C. Im B2C würde ich übrigens nicht so hinterher telefonieren, nur so am Rande. Da ist das nicht. Also für einen Online-Shop sehr untypisch, würde ich da nicht machen. Okay, super. Vielen lieben Dank. Da gehen wir nochmal zurück. Frage von Jonas. Für eine erfolgreiche Segmentierung ist das Geschlecht essentiell. Wie komme ich nachträglich an diese Information, wenn dies bei der Anmeldung nicht abgefragt wurde? Welche sind Sensitive? Kannst du hier empfehlen? Also ganz grundsätzlich, du kannst das Thema Geschlecht nicht immer ermitteln, aber es gibt sehr viele Wege, wie es geht. Also mach mal ein ganz einfaches Beispiel. Wenn du jetzt meine Mail-Adresse nimmst oder mal vielleicht von die von meinem Kollegen, das ist jetzt ein besseres Beispiel, der heißt felix.weiss at autima.de, dann gibt es Systeme, Klick-Tipp kann das zum Beispiel, die würde erkennen, okay, da ist ein felix.weiss, das heißt, wir haben Vornamen und Nachnamen, das heißt, ohne dass die Person dir die Daten explizit gegeben hat, würde die Software erkennen, ah, Vorname Felix, Nachname Weiss und Felix eindeutig männlich. Das heißt, du kannst allein anhand der E-Mail-Adresse häufig rauslesen, mit wem hast du es zu tun und das geht auch systemisch. So, wenn du jetzt diese Daten, also wenn du jetzt eine Adresse hast, weiß ich, acb.atweb.de, da kriegst du es natürlich nicht raus. Im B2B kannst du dann mit Datenscraping arbeiten und sagen, okay, gucken wir mal, ob diese Mail-Adresse auch bei LinkedIn verfügbar ist und dann ziehen wir die Daten aus LinkedIn. Auch eine Möglichkeit. Das heißt, du kannst Datensätze sehr häufig vervollständigen, wenn du die nicht hast. Also, das ist auf jeden Fall einer der besten Wege und jetzt ist noch die Frage, welche Incentives kannst du dir empfehlen, denn da bin ich ein bisschen überfragt, was genau gemeint ist. Jonas, falls du da nochmal eine Ergänzung machen kannst, dann gerne ergänzen. Ja, genau. In diesem Sinne, René, das war jetzt aber erstmal schon bei der Fragerunde. Wir hatten auch viele Interaktionen im Chat. Vernetzt euch sehr, sehr gerne mit René und sollte da noch irgendwie Unklarheiten sein, werden die bestimmt aufgeräumt werden können. In dem Sinne, René, ich danke dir erstmal. Gerne, gerne. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Vormittag. Den wünsche ich euch auch. Bis dann. Ciao. Vielen lieben Dank. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Automatisierung Oh, 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 oh Alles geht wie von allein Oh, oh, oh Marketingmagie Oh, oh, oh Mit Automatisierung So fein